Musik Ja, na klar 2.15 Uhr Alles klar Freitag, Anreisetag Gut, die Fahrt war relativ bescheiden Aber was soll's Da unten Da so Bei der Messe abgechillt Und jetzt die Profis gerade zugeguckt Wie sie noch ans Ziel gekommen sind Roman Kreuziger hat gewonnen Und Spielack Spielack Von uns Team Alpecin-Kartuscher Ist weitergewonnen Und im Schnitt sind die Zungeberg 8% Ich würde sagen, eine halbe bis eine dreiviertel Stunde Wird das sicher noch dauern Ah, jetzt gibt's doch einmal schnell eine Verpflegung Hier 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 Ah, danke schön, cool, danke Ah, danke schön, cool, danke But Shit happens In the end, everybody looks forward to tomorrow So far so good Blue sky in Jordan And yeah, point of no return I really hope everybody is prepared We had Kind of a half year Feel like a pro, ride like a pro And now we are moving towards the accreditation To grab our numbers and transponders And now we've got our stars And now we've got the smartphone And now we're coming back To get our new player And now we've got something to get And now we'll have the chance to get Und ja, dann kannst du losgehen. Oh Gott. Was sagste? Oh Gott. Bist ja ziemlich vorgeprescht gerade. Wie viele Kilometer haben wir schon? Also Max auch, YouTube-Kanal, Shakedown. Moin Jungs. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oh Gott. Wie geht's dir, Sören? Mir geht's gut. Ja, du bist gut. Kannst du reden? Geht noch? Das ist bestimmt 15% Minimum. Steigung. Küta ist ein Witz dagegen. Großer Runde ist die echte. Das ist der echte Ötztaler. Okay. Hauptsache. Jetzt noch mal ein Tag vorhin. So, ey. Was ist hier los? Apokalösse now. Alter. Los schnell nach Hause. Komm Sören. Sieht gut aus. Ich hoffe es. Das sieht echt gut aus. Sehr geil. Sehr geil. Komm, ich hab das. Bitte noch. Noch planes. Wie wild ist das? nh rauf. eriuse dir auch noch Planet lazy. Se scope man. Tal halt.